Ich bin der Kapitän Hans Holzbein und ich brauche neue Nachwuchspiraten für mein Schiff. Ich möchte nämlich heute noch ins See stechen. Ich brauche mich stark zu halten und groß sollen sie einfallen. Was willst du denn eins? Ich brauche große Piraten und starke Piraten. Und das ist halt so klar. Wenn du bei mir an Bord willst, mein Junge, dann musst du erstmal ein paar Fragen beantworten. Kannst du segeln, kleiner Mann, auch bei starkem Wellengang? Nein, das kann ich nicht. Was kannst du dann nicht? Ich kann schwirren, wie eine Meeressau. Ich kann schwirren, ich kann schwirren, ich kann schwirren, mich auf der Himmel sehen. All das kann ich zu der Kaffee gehen. Kannst du klettern auf den Bast, ohne Pause, ohne Rast? Kannst du klettern auf den Bast, ohne Pause, ohne Rast? Kannst du klettern auf den Bast, ohne Pause, ohne Rast? Nein, das kann ich nicht. Was kannst du klettern auf den Bast, ohne Rast? Was kannst du dann? Was kannst du dann? Was kannst du dann? Ich kann schwirren, wie eine Meeressau. Ich kann schwirren, nenn einem lang nicht auf. Ich kann Löwen fenn, mich auf der Himmel sehen. All das kann ich zu der Kaffee gehen. Kannst du fechten, junger Mann, mit nem Sädel in der Hand? Kannst du fechten, junger Mann, mit nem Sädel in der Hand? Nein, das kann ich nicht. Was kannst du dann? Ich kann schwirren, wie eine Meeressau. Ich kann schwirren, nenn einem lang nicht auf. Ich kann Löwen fenn, mich auf der Himmel sehen. All das kann ich zu der Kaffee gehen. Kannst du schlafen in der Nacht, wenn's am Himmel blitzt und kracht? Nein, das kann ich nicht. Was kannst du denn? Ich kann schwirren, wie eine Meeressau. Ich kann schwirren, nenn einem lang nicht auf. Ich kann schwirren, mich auf der Himmel sehen. All das kann ich zu der Kaffee gehen. Ich kann schwirren, wie eine Meeressau. Ich kann schwirren, mit einem Jungen tauschen. Er ist und krüren, sie kauft der Wehle dring. All das kann er und der Kaffee gehen. Tja, egal. Komm an Bord. Irgendwann steckst du schon mit mir an. Irgendwann wär ich schon mit den Kuhn fahren, wenn du was auch nicht. Auf jeden Fall sind wir in den See gestochen. Und es hat gut funktioniert. Wir sind weite Segel. Und wir waren richtig schnell. Aber dann... Windstille. Kein Wind. Und wir sind stehen geblieben. Und meine Piraten haben sich gelangweilt. Und nichts ist gefährlicher als gelangweilte Männer. Deswegen kommt sie um zu kennen. Meier. Es kommt. Ein Sturm. Ein Sturm zieht aus. Ein Sturm zieht aus. Ein Sturm zieht aus. Komm. Das Schiff geht runter. Weitere Ziehen nach rein. Schwimm, schwimm, schwimm im Kreis wie ein kleiner Fisch, blubberdi, 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 bl Auf dem ganzen Schwimmel und dem langen Strabant in seinen fälligen Hirn umlaut und vorsichtig umschaut. Ich glaube, das ist ein Hinzüge. Mach mal Feuer. Alle Männer suchen Pölzern. Ich glaube, das ist ein Hinzüge. Ich glaube, das ist ein Hinzüge. Das ist ein Hinzüge. Ja, du hättest gerade dein Versteck. Ich glaube, das ist ein Hinzüge. Das ist ein Hinzüge. Ich glaube, 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 das ist ein Hinzüge. Mit ihrem Boot sind sie dann nach Hause gefahren und holen sie sich in ihr Zimmer, in ihr Bett hingelegt. Ja, und ich suche jetzt auch noch Piraten, Nachwuchs-Piraten. Mia, Mia, Mia! Wo ist das so ein Knochen? Wenn du bei mir antworten willst, mein Junge, dann musst du erstmal ein paar Fragen antworten. Kannst du segeln, kleiner Mann, auch bei starkem Wellengang? Nein, das kann ich nicht. Was kannst du dann? Ich kann schwönen, wie eine Meerfrau. Ich kann schwönen, denn eine Landetrau ist ein Schwönen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.